da würde man so kurz sagen die welt war echt kurz waren alle welten in dem spiel so kurz ich bin durch ein paar räume gegangen habe ein paar viecher geprügelt und derzeit was war das noch nicht geben wir damit weg geil die sieben zwerge mit ihren sieben bergen da gehen wir erstmal hier hin ich glaube hier ist die monarchie von mickey noch nicht ganz so stark ja ich weiß man muss drei mal hin aber still you know is something wrong ich weiß nicht wieso aber terra guckt einfach wie so ein trauriges hündchen nach dem motto ich könnte wirklich eine gute fege brauchen ich weiß nicht wieso ich das so witzig finde es ist er guckt einfach so nach dem motto alter was ist das hier sind der raleigh directed by michael bay oder was vor allem liegt sie jetzt da irgendwie immer noch auf ihrer bank heult während ich hier das fällt mir schon die ganze zeit jetzt mal auf leute ihr kleid mal gucken was die alte drauf hat das bild von ihr auch sie guckt so das machst du also okay das könntest du aber besser sparfokus gut dass ich eine ahnung habe was das ist ein feuer stimmt oh cool van der gar dinkeln nutze dealings in notsituationen das halte ich komplett okay i can't believe i can't believe not anymore mmm Hm. There's nothing left to believe in. Nothing. Nothing, my dear. Oh, now, you don't really mean that. What could I do? It's just no use. It's no use. If you'd lost all your faith, I couldn't be here. And here I am. Oh, come now. Also, die gute Fee sieht echt ein bisschen schrecklich aus. Ich sag's euch, wenn... Wenn Square zu Kingdom Hearts 3 dieselben Lippen-Synchros wie hier manchmal umbringt... Immer jetzt wieder nicht. Jetzt sieht's wieder tatsächlich normal aus. Aber manchmal diese 2-Frame-Mund-Animation, dieses... Wenn sie das in Kingdom Hearts 3 wieder einfügen, I will fucking flip my shit. Also im Kontext zu... zum Film war es definitiv, äh, ne? Die Lippen-Synchros werden viel besser. Das kannst du gar nicht wissen. Das kannst du erst dann wissen, wenn sie das Spiel rausgebracht haben. Das sind aber diese Nebenszenen, wo sie das verwenden. So diese nicht richtig Cutscenes. Wo die Faces immer aussehen wie Play-Doh. So wie da. Guckt es euch mal an. Ich mein, klar, Kingdom Hearts 3 sieht vom Trailer her schon richtig geil aus. Und vom Gameplay, was wir sehen können. Auch wenn ich mir keine Trailer und Gameplay angucke, weil ich das Spiel tatsächlich selber spielen möchte. Sorry dafür, ne? Ich hasse das einfach. Man darf schon gar nicht mehr Hype auf irgendwas sein, weil der einfach schon alles von weggenommen wird. Pokémon ist das so, Kingdom Hearts ist das so. Äh. Werden wirklich besser, wenn sie irgendwas neu gemacht haben. Dann nicht auch 3. Ich weiß nicht, das ist Square. Wer bist denn du? Steht die ganze Zeit daneben. Wer bist denn du? Voll sie auf Spiral Remastered für PS4. Oh fuck yes. Da freue ich mich schon drauf. Schlag sie zusammen und was kommt da raus? BABIDI BABIDI BAB! Nee, so auf die Spyro Remakes freue ich mich so. Weil das sind ja die Spyro Games, die ich tatsächlich gefeiert habe. Das sind die, die ich auch super gerne wieder spielen würde. Also das werde ich mir auch wahrscheinlich holen. Eventuell vorbestellen. Je nachdem, wie finanzielle Lage ist. Sagen wir es mal so. Ich gucke nochmal, ob hier hinten noch irgendwas lüngert. Aber es ist ein bisschen Dinkel hier hinten, deswegen kann ich nicht so viel sehen. Ich weiß, ich gehe in die völlig falsche Richtung Trotzdem, aber Sag mal so, es kann ja nicht schaden Vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung zu haben Right, so Ein, zwei Erfahrungen mehr Los, du bist da hinten noch Stuff Check this out Schwibili Schwabili Dönerwetter Siehst du, Dönerwetter Okay, ähm So, wie war denn das? Na, na, na Ich kann sogar noch was Neues einfügen Geil Schlag sie zusammen Und was kommt da raus? Ich würde dir alle Sticker holen Nehmen wir mal Eis Eis ist immer gut Stimmt, das kommt ja später alles Ah, siehst du Dönerwetter Oh ja Ich werde ein Elektro-Pokémon Fuck this Okay, die beiden habe ich auf Dings Das jetzt zu kombinieren wäre ja ein bisschen bescheuert Wurden wir? Möbidi 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 Du Möbidi Wubidi Schubidi Du Schubidi Wubidi Wumm Hm Ich warte mal lieber noch, bis ich irgendwas anderes habe, wo ich das ersetzen Oder? Habe ich noch irgendwas? Ne, ich hätte bislang sonst nur noch Antigraf und Antischlaff will ich eigentlich nicht Es hat gestern gedonnert Ich wünsche es würde hier wenigstens mal regnen Ob Terra auch digitieren kann? Bestimmt Das würde mich wundern, wenn der das nicht kann Der Bub Da schlage alle zusammen Terra ist überhaupt nicht aggressiv Wie kommt ihr denn auf sowas? Besser nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, dass das sieht Aber ich habe immer das Gefühl, Birth by Sleep hat ein bisschen zu viele Features eingebaut. Freeze, bitch! Das sind Schuhe! Schuhe! So long, sucker! Achso! Freeze, bitch! I'm Brittany, bitch! Oh, Diamond Dust! Schade, dass ich noch kein Feuer oder so habe. Na, noch mehr! One's up! Diamond Storm! Na doch, das ist schon cool! Hätte ich gerade gerne die Fähigkeit. Das Schlimmste einfach ist, es soll hier seit Wochen... Nicht seit Wochen, das ist übertrieben. Aber angekündigt wurde gestern und zu heute Regen. Zwar warm, aber Regen. Was bekommen wir? Warm! Oh, da ist noch eine Truhe. Hübe de möbi, schübe de wöbi... Das ist das, was mir so auf den Piss geht. Der Wetterbericht sagt ständig, ja, da kommt aber, ne, da kommt Regen. Irgendwas passiert, es kommt kein Regen. Und das pisst mich langsam an. Vor allem, was mir jetzt mal so nebenbei auffällt. Die Viecher hier an sich machen überhaupt keinen Schaden. Die sind ja mal absoluteste Push-Overs. Aber die Bosse? Alter, die Bosse, this is where it's at. Ne, mini, 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 mini. Vor allem, ist es so gemacht? Moment, kriege ich jetzt hier die ganze Zeit Zeug oder... Ja, stimmt, fesseln. Äh, Gegner, unkreis gefesselt Gegner können sich nicht bewegen. Ui, toll. Kann ich den Scheiß fusionieren? Achso, ne, die dürfen nicht Level 1 sein, oder sehe ich das falsch? Du, ich sehe das falsch. Müssen die alle immer so ein gewisses Level haben, bevor ich irgendwas damit machen darf? Na, wir können den ja mal mit... Ich bin ja immer so, ne. Ah, fuck it. Sky ist nun mal einer der geilsten Antagonisten, like ever. So, yeah, why not? Ui. Weiß ich niemand mit deinem Papa anlegen will. Okay, sorry. Mir ist einfach mal aufgefallen, Kingdom Hearts Quote. Äh, Quatsch, Kingdom Hearts. Kirche Erleben Quotes, out of context, sind pures Gold. Es ist einfach so, weiß ich niemand mit deinem Papa anlegen will, oder... Oh, ich muss meinen Hofknicks üben. Also, Blödsinn, er ist total dumm. Ich bin ja auch nicht hier, oder? Ich bin ja nicht hier, oder? Sakunets, kiddo! Mädel, was kannst du eigentlich? Bitte, kann ich mit dir gehen? Ich will wirklich zu den Ballen kommen. Okay. Aber bleib hinter mir, oder du wirst verletzt. Du bist nicht schockiert? Habt ihr nicht gesagt, dass es wichtig war, stark zu bleiben? Oh, ähm, ich guckte, ich habe es geschafft. Cinderella X Terra, ja. Mir tut dieser namenlose Prinz aus Cinderella ja schon fast leid. Aber ich bin selber Single, also tut er mir nicht leid. You can fuck off. So bin ich immer nur, wenn ich schlechte Laune habe. Und wenn es warm ist, habe ich immer schlechte Laune. Ne! 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 Alter, swiggity swooty. They coming for the booty. Na, 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 na. So! Owawamu! Shindenu! vor allem hier ist niemand der das irgendwie beobachten könnte nach dem Motto wie wäre es wenn wir hier mal Security haben oder sowas nein Diamond Dust geheimer Move Lauf da gibt es nachher noch so coole Features eigentlich Diamond is unbreakable so in etwa Terror is unbreakable achso bin ich jetzt aus meinem Modus raus yeah wie bullshit ach sie kommt klar ist doch eine starke unabhängige Frau ne die keinen Typen braucht der sie beschützt Terror is unbreakable ich merke schon meine Güte vor allem später konnte man ja noch so weit ich mich erinnere dennoch hier in die zweite Form wechseln und das war dann richtig cool Whatsapp ich verstehe mal Whatsapp als ob er die unversierten fragt ob sie Whatsapp haben hast du Whatsapp alter Schuh ist unbreakable wie stark die kriegt das hin wenn der Autofokus nicht so strong wäre alter der Autofokus ich will die ganze Zeit diesen einen Leuchter wegbolzen aber das Spiel Autofokus die ganze Zeit auf diesen anderen Beppo counter das ist der Konter tatsächlich nützlich stimmt das war das das heißt wenn ich jetzt was Konter kann ich tatsächlich was machen da war ja man geile Fete vier Leute jetzt sechs geile Feier geile Feier okay es sind nur Fud ich bin nur ein Beiständer da guckt euch diesen Zinnsoldaten an kein Namen keine Persönlichkeit just a dickhead selbst der hier selbst dieses Gurkenglas ist interessanter fette Party fette Party Leute ich muss ja sagen das Königshaus weiß wie man eine Party schmeißt hat er ihr Gesicht ist irgendwie als hätte sie oh mein Gott das fällt mir jetzt erst auf ich finde es geil wie Terra quasi instant getriggert ist weil er sieht die Bieste an und denkt sich direkt did you just assume heartless hm achso ich darf nicht ich darf nicht auf den Ball oh Terra darf nicht auf den Ball oh Leute Terra darf nicht auf den Ball er darf nicht auf den Ball scheiße okay wir machen jetzt mal Sturmlauf und nehmen mal Eis und prügeln mal äh achso hier wenn wir die EP betreffen steigern den Schaden bestellen uh das klingt nice mach das yes Eisklinge plus Immunität klingt nach Spaß Eisklinge und dann packen wir mal dazu äh wenn schon denn schon wenn wir es schon haben äh genau und dann packen wir noch Counter hinzu Gretchen ist auch äh Gretchen ist auch bald ein Leveler das ist nice die ist nice das ist immer als neu ich meine klar wenn ich jetzt Magie ne kannst du eigentlich tanzen äh fun fact a little bit the littlest of bits könnte man sagen ich kann es also wirklich mini mini mal äh vita vita hab ich ne mal gäh okay jetzt ohne Scheiß also ich kann an sich tanzen ich hab es damals äh während dem Urlaub gelernt aber das ist glaube ich schon 8 9 Jahre her mindestens was hab ich jetzt eigentlich bekommen ich hab jetzt gar nicht drauf ich hab jetzt gar nicht aufgepasst wubidi bubi jubidi hubi rubidi dubidi dumm also kein gezielter ne um Himmels willen ich bin aber auch kein Freestyle Dance Teacher also so ist es jetzt nur nicht oh warte mal äh schmeiß Fesseln mal weg schmeißen wir das Schwert lieber nochmal äh das wird das will man sich auch nicht vorstellen believe me you don't want bev counter die viecher schon geil die viecher one shot ich schon fast weisse grätsche level 2 cool believe me you don't want to see this das sind dinge wofür du in manchen staaten in den knast kommst siehst du dünner wetter okay trage jetzt denkst du dir echt werden shit aus oh van da kann ich noch mal von da kaufen an der sky vita bitte ja scheiße geil wer geht die er geht die ok aber dann möchte ich aber definitiv nehmen wir mal ein bisschen wat rein was noch aufgelevelt werden muss because why not so wie die wo geht die ich kann bei dieser musikian das macht mich käre meint die designs von den bossen sind ja mal wicked sick so ist es ja nicht dead down here guards guards where could they possibly be i'll take care of this where could other wie das ding absparkt guy jetzt wird das ding erst richtig effektiv nice haltet ihr bringt flöten töne bei okay ach fuck it hier blöden scheißteile ne van der gar ich glaube ich habe seine tröte kaputt gibt ne seine tröte ne ich habe ihm sein dummes helmchen vom korb geschleudert auch von der gar dieser autofokus macht mich noch kirre alter dieser autofokus er macht mich krank ohne scheiß wisse ich ziel wirklich in die richtung von diesem ding und visiert die fucking trompete an so nun ist schluss hier auch wirklich ok denn ok denn geile deckgröße gestiegen komisch der boss war jetzt um einiges äh ne welche gäste du meinst diese drei leute die da waren ach ja stimmt es waren fünf ganz vergessen der prinz die drei damen und dann er hier geile party wieso habe ich gerade das bedürfnis in dieser halle zu stehen und einfach mit so einem subwoofer alles was da rauskommt ist party 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 we wanna have a party meine güte irgendwer muss doch diesen diesen lahmen haufen mal ne ich meine selbst die glock hat bessere laune als ihr fancy dich hier zu sehen hey kids wanna see their body kein wunder dass ich nie auf parties eingeladen werde es ist wie ein ü-ei gefüllt mit weißer schokolade stehe frosty diese lippen sind grob und jetzt sieht es wieder gut aus jetzt sieht es wieder exzellent aus aber manchmal leider relativ häufig ne sieht einfach jeder in diesem spiel aus wie ne fucking handpuppe oh shit okay das ding sieht an sich ziemlich cool aus zumindest so lange bis du realisierst dass das schwert aus türmen besteht ja echt mal welcher traum mein aqua ist master sie können sich sagen welcher traum i just did my shit was ist der kommando was hat was menü öffnen ach ja das hat immer so lange gedauert da war ja was ja gut ich merke schon mit einem mit magie ist ja nicht so doll aber wir können ja wieder was reinnehmen wenn wir blitz aufgelevelt haben können wir damit irgendwas kombinieren das macht auch nix das ding ist auch shit um aber kritz den credit weiß er nicht ich vertraue kritz nicht hier kommando brett da ich kann mich da echt nicht daran erinnern an das kommando brett oder ich habe es verdrängt was warum so Bis zum nächsten Mal.